hallo und herzlich willkommen zurück bei my time at sandrock ja heute mal im menü im hauptmenü genau denn wir wollen ja heute mit grace die hauptmission machen also hauptquest in dem falle dann starten wir mal das spiel und das abenteuer kann beginnen ich werde natürlich nebenbei noch ein paar kommentare abgeben nicht wundern hoffentlich stört das nicht es sei denn ich müde mich dann wird es nicht mehr stören hoffe ich ja und vielen dank bis hierhin weiterhin noch weitere kommentare sehr vielen dank danke für deine unterstützung bin ich sehr gut und es ist null uhr triff dich mit grace ich bin gespannt was erzählt wird in hier ich komme gut für dich zu kommen nicht mehr, niemand wird hier in diesem Zeitpunkt nicht mehr sein niemand? nein, das sieht aus wie verlassener Miene ich brauche dich mit mir jetzt all den Weg alles was wir finden da finden, wir haben uns wieder zurück ähm, habe ich eine Wahl? nein, legen wir los Gut. Jetzt, wenn Sie würden, bitte direkt Ihre Aufmerksamkeit zu der Büchstelle. Sieht genug genug, nicht wahr? Geh über und zieh die zweite Kiste. Ach, zeigt mir sogar an, welche Kiste. Aber vorher nehme ich noch was mit. Ist da was drin oder nicht? Wow, völlig umsonst. Okay, da sind noch mehr Sachen, die man kaputt haben darf. Und? Meersalz. Wow, ein Meersalz. Ach nee, was ist denn das hier? Hier wird Wasser verbraucht. Und hier ist das, was wir letztens gefunden hatten. Okay. Hier sind Utensilien. Irgendwas. Okay, dann ziehen wir mal an den Schrank herum. Oh, das ist ein Safe. Hier ist es, dass es nur etwas verbringend ist, wie Cheese-Old-World-Cartoon-Stuff. Aber, wie ich schon gesagt habe, die Wasser-Nummer, die aus diesem Ort rauskommen sind, sind immer nur etwas höher, als das Wasser rauskommen. Die Tür. Ich hoffe, es gibt kein Rockler. Die Tür geht auf. Oh, ein Korridor, oder? Und schau mal an diese Piping. Es kommt aus dem Auxiliary-Tank. Nur ein Weg, um zu gehen. Lass uns gehen. Okay. Da soll ich jetzt reingehen. Ganz allein. Resist die Urge, um eine Star zu sein. Und bleib aus diesen Suchleiten. Ich verstehe die ganz easy. Also warten. Und schnell durch. So. Bei dir hat das schon längst Tü-Tü-Tü-Tü machen müssen. Aber okay. Ach, Lichter. Äh. Was? Zum Kuckuck. Schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Lalalalalala. Keine Alarm ausgelöst. Sehr gut. Was erwartet uns hier? Noch mehr Lichter. Kann ich ja gemütlich die Kisten machen. Ich hoffe, Grace hat nichts dagegen, wenn ich Memostat habe. Ein Memostat gefunden. Ich mag die Lichterspiele nicht. Da bin ich furchtbar schlecht drin. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich kann dieses Rätsel nicht. Ich bin voll der Loop in Rätseln. Ah. Okay. Wir müssen das Licht mal anschauen. Blink 1 hier vorne. 2 hier drüben. Und dann dritte da hinten. Okay. Vielleicht sollte ich... Wieso mein... Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir haben es gleich. Ich muss halt bloß gucken. Okay, ich bin doof. Mann. Sorry. 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 Okay, ich bin total ungeduldig. Da merkt man schon. Hä? Ich stand... Ich stand davor. Okay. Dummheit muss bestraft werden. So wie jetzt wieder. Es kann Stunden dauern, bis ich das hier durchhabe. Es kann echt Stunden dauern. Hä? Das... Hey. Okay. Muss ich doch bis zum zweiten? Nein! Ich war fast drüben. Fuck my life. Ah. Grace, mach du doch mal. Los. 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 Ah. Ah. Wir müssen zum Panel in dem Zentrum des Ruhes kommen. Können wir diese Suchleite ausmachen? Was muss ich machen? Ich hab's nicht verstanden. Ich muss da rüber, ne? Das ist ja ganz easy. Benutzen. Okay, die Lichter gehen dann langsam weg. Sehr gut. Nein. Geh weg. Nicht schon wieder. Ah. Noch mehr Lichter. Nee. Nee. Come on. Ich hasse Rätsel. Ich hasse Rätsel. Boah. Mich darf man nicht mit dem Rätsel spielen. Um Gottes Willen, ich würde da stundenlang dran sitzen. Ha. Wir sind drin. Piece of Cake. Ha. Wir sind drin. Ja, schön für dich. Dass du nichts machst. Dass die ganze Arbeit auf mich abgewälzt wird wieder mal. Äh. Okay. Zack. Hämostat, Hämostat. Müssen wir kämpfen? Dass wir so viel Hämostat bekommen. Ist unglaublich. Oh ne. Wasser Rätsel? Bitte kein Wasser Rätsel. Okay, sieht auch interessant aus. Mhm. Baupläne? Aha. Looks like this is it. This is whatever they don't want us to find. Mhm. If my sense of direction has not failed me, we're directly under the Oasis right now. Somehow get the feeling that's no coincidence. Okay. This looks to be some old-world facility. Let's look around and see if we can figure out what it is. Okay, wir schauen uns um und gucken, was das ist. Ja. Das erste Fragezeichen natürlich gleich hier vorne. Ne? Okay. Jetzt wird erzählt. Ein Rohr aus dem Wassertank der alten Welt in die Oberfläche führt und das Rohr ist ein neues Regelventil. Angeschlossen, das dem Wasserdurchfluss im Rohr zu regulieren scheint. Anything noteworthy about this setup? Mhm. Ventil ist altmodisch, der Tank ist modern. Mhm. Das wurde von Außerirdischen gebaut. Nein, Quatsch. Das Ventil ist modern, der Tank ist aus der alten Welt. Ich verstehe. So the valve mechanism controls the water going into the Oasis? But this relic, this is where the water comes from? Bizarre. I always figured the Oasis water coming from some aquifer. Vielleicht sind wir auch unter dem Teich jetzt. Ich bin mir nicht sicher. There's something written on it. Purification Tank 1. Es muss noch mehr davon gehen. Es muss noch mehr davon gehen. Very possible. Though es may also be possible that this is the only one still intact. Or that they planned to make more and never got around to it. I wonder if it would have bothered Mardle to know that her natural beauty was some kind of old world accident. Mhm. Well, this is how it works. Good to know. Okay. Oh, Notizen. Das will ich wissen. Also es kommen sehr viele Gespräche. Wo bleibt Grace? Grace? Okay. Da ist er. Ach du meine Güte. Was steht hier? Welcome, proud owner of the... Maddex 9000. Ja. Willkommen stolzer Besitzer der Embasselow Ventil 9000. Du musst nur links drehen, um den Wasserstand zu erhöhen und rechts, um den Wasserstand zu senken. Ich habe die Ventilsteuerung mit Notizen versehen, falls du es vergisst. Oh. Somit weiß jetzt jeder Bescheid, der hier eindringt. Dieser Handbuch ist hauptsächlich Handwerker gedacht. Ich weiß, dass es irgendwo einen Neuling gibt, der das gerade liest. Schau dir einfach die Baumeinleitung an. Tu, was von dir verlangt wird. Halte deinen Kopf unten und vielleicht siehst du sogar eine Prise von ihm gewinnen, die ich stibitze. Wer schrieb das? Es könnte durchaus sein, dass es doch Burgers ist oder der Geldscheißer, sag ich mal. Ihr wisst schon, wie ich meine. Der nur an Geld denkt und Umsätze. Da macht es schon eher Sinn. Himmerich, das Regulierventil, das die Wassermenge in der Oase steuert, ist an diesen althergebrachten Dingsbums befestigt. Das Wasser wie von Zauberhand zu erzeugen scheint. Ich frage mich, wie der Rest der Gemeinde sagen würde, wenn sie wüssten, dass sie Wasser aus dem Verderbniszeitalter trinken. Ha. Ihh. Auf jeden Fall darfst du nicht mit dem Relikt aus der alten Welt herumspielen. Wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Wenn du das Ding kaputt machst, geht unser ganzer Schwindel schief und Sandrock ist in einer Woche ausgetrocknet. Oh. Oh. Das, das, oh. Das geht gar nicht. Also lassen wir es lieber heilen, ne? Anmerkung 2. Je älter das Ding wird, desto weniger Wasser scheint es zu produzieren. Ich weiß nicht warum, aber wen kümmert's? Wer würde so reden? Hm. Wer würde so reden? Ich bin mir nicht sicher. Hinweis 3. Überprüfe auch ab und zu das Rohr, das vom Zusatztank kommt. Es wird benutzt, um Wasser aus der Stadt abzuzapfen. Wenn das Ding undicht ist, könnten sie das schnell herausfinden. Also, äh, halt also immer deinen Koffer bereit. Seriously? A user manual? Seems like a bit of an oversight leaving something like this around. Mhm. Then again, it's pretty obvious who the author is. So, I'm not surprised. Mhm. Mhm. Jan ist der Kopf hinter der Action. Jan wird bezahlt. Jan spart nur Wasser. Mhm. Ich nehm das Erste. Das ist schon eher meine Vermutung. Ich bin überrascht und wunderschön, dass der Kommissioner die Ratings so lange verraten konnte. Sein ist ein paar der schloppigsten Willen, die ich auf jeden Fall aufhören habe. Also, wer ist hier der Schurke? Mhm. I mean, look around. Pretty much everything you can pick up in this room is enough to put him away for life. Das wär gut. Dann sind wir ihm endlich los. Den Schmiro Piro. Jan has no idea what he's wrapped up in. He wrote this manual for someone he thinks is just as greedy as himself. But there's more at play here. Mhm. Still, this is our definitive proof that they're stealing water from Sandrock. Genau. Hey, look. There's a postnote as well. Mhm. Water level go up. Water level go down. Mhm. What do you know? A window into the thinking of a criminal mastermind. Mhm. What's your assessment here? Links ist oben. Rechts ist unten. Genau. Er ist so ein Idiot. Mhm. Mhm. Die stimmt mir auch zu. As silly as this is, perhaps it does actually give us some insight as to the way his mind works. Mhm. Yen must actually think other people are this dumb. Fits in well with the rest of his profile. He is rather blatant about many of his misdeeds. And yet, he never seems to get caught. That changes soon. Ja, hoffe ich auch. Let's keep looking. Äh, what does all this mean? Ich denke, you're probably more suited for reading Diagrams. Mhm. Ja. Jemand ist da oben. Und. Das ist der Wassertank, den wir hier sehen. Oh. Oh. Dafür ist dieser Podest da. Aha. Interessant. Man sieht es auch so, dass eine Statue kein Mensch. Statue auf dem Podest. Da drunter ist nämlich so, ne. Das Ding. Und links und rechts fließt Wasser. Raus. Und hier müsste aus irgendeinem Grund, äh, Wasser herkommen. Irgendwo. Sie werden die Peach-Statue stehen. In der Peach-Statue sind Rohre verlegt. Sie verwandeln die Peach-Statue in einen Killer-Roboter. Hä? Nein. Ähm. Hm. Ja. Rohre verlegt. Ja, klar. Sie haben die Piping in der Peach-Statue installiert. Ja, klar. Schau. Sieht, das Wasser kommt aus der Basis von der Statue. Also, wenn man die Statue wegnimmt, könnte mehr Wasser fließen. Aber, das Problem ist, wo kommt das Wasser her? Sehr interessant. Aber, wo kommt das Wasser her? Hm. Was ist das? Hm. Some kind of generator. Hm. Vielleicht versorgt das, äh, Relikt mit Energie. Das alles hier macht Dinge, die wir nicht mehr verstehen. Hm-hm. Ja, ich vermute mal Energie, ne? Aber das deaktiviert. Äh. Es ist nicht even auf. Ja, ich weiß. Hm. 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 Es ist nicht mehr Zeit hier, ich würde eine Chance zeigen, was dieses Platz macht. Ach. Schade. Falsche Antwort. Naja. Ich weiß, es ist nicht mal an. Aber... Was könnte das sein? Okay. genug lange gerätselt. Äh. Weiter geht's. Benutzen. Ich benutze gerne fremde Türen. Hä-hä. Oh, ne Kiste. Die öffne ich doch direkt. Was? Was? Getigerte Katze. Das findet man da drin. Okay, das sieht nach Schmutz aus. Es scheint, dass es ein paar schmutzige Letzte gibt in diesem Pfeil von Trash. Niemand wollte sie nicht mehr sehen. Aber es gibt noch einige unbeschmutzige Spiele. Oho, Jackpot! Encoded Messages! Wir haben diese Codes seit Monaten gebrochen. Ha! Amateurs! Hm, kryptik. Definitiv Duvos, doch. Ich würde diese in meinem Schlaf erkennen. Das Pfeil sagt... Extraction of Funds. Dann... Pull the plug. Mhm. Zieh den Stecker? Was? Und das letzte? Und das letzte? Nullify Previous Order. Wow. Hm. Hat das etwas mit Wassertropfen zu tun? Kreuzworträtsel antworten. Ähm. Äh. Nee. Oder doch? Zeitleiste. Kreuzworträtsel antworten. Come on! Be serious! Let me just... Think for a second. Okay. It's too hard to guess what these messages say without the entire sentence and proper context. But at least we now know it's definitely Duvos behind everything. Duvos. Wer war nochmal Duvos? But why smuggle secret letters? Don't they use the telegraph? Mhm. I think that's about all the evidence we'll find around here. Let's summarize what we know so far. Mhm. This purification tank relic was the main water supply for the oasis. But at a certain point, Yen, working with an unknown party, built the peach statue and put a valve on the water going into the oasis. Mhm. I can only postulate that Duvos agents used Yen to build the device and piping to slowly decrease Sandrock's water supply. Eventually driving away all the people. Mhm. Mhm. What we need to... Da kommt jemand, ne? Ah! Ja. Someone's coming. Ja. Shh! We've got to find a place to hide. See if you can create any openings around here. Mhm. Haben wir hiervon, oder? Mhm. Automatisch. Mach schade. Da ist ne geheimtür. Also raus hier. Nochmal Glück gehabt. Aha. Die beiden also. Ich erzähle ihm, dass jemand hier drin war. Die Kugel hat mit dem Kugel gefeiert. Mhm. Schön zu wissen, Miguel. Und Penn war mir klar. Ich weiß nicht, vielleicht hast du einfach in den Kopf vergessen. Du hast schon ziemlich schade. Relax. Wir machen toll. Ich würde nie so schade sein. Es muss Logan sein. Er weiß, dass er unseres Wachstum. Howley muss ihm etwas gesagt haben. Auch wenn der Zivilcorp hat in seinem Tal, ich glaube, dass unser Plan in Gefahr ist. Wir sind Logan. Genau. Wir sind Logan und sind eingebrochen. Uh... Oh, please. Last time he bothered us was that whole Matilda debacle. Hilarious, by the way. All it took was a few good old-fashioned shots to the dome, and now he's forgotten all about us. Good guys win the end. Mhm. Da, wo er recht hat, hat er recht. Hochmut kommt vor dem Fall. Since when do I take orders from you? Mhm. Mhm. Das könnte zum Problem werden, ne? Smile for the camera. Sehr gut. Beweise. Tell you what. With Skinny coming back the way they did from that fall, right in the area of where Logan might be hiding, I have my suspicions. Oh, humor, UK. Our Plan can't fail here. For the Empire. Was? Das Imperium? Was für ein Imperium? For the Empire. What? Was für ein Imperium? Ich weiß nichts. Aber schön zu wissen. Well, well, well. All we're missing now is a little pink ribbon on top. This should be everything I need to close the books on the case of the Duvos water thieves. Excellent work. Let's see, where this little tunnel goes. I don't really want to face off with pen right now if I had a choice. Someone left a letter? Mhm. Einmal einen Ersatz. Die Hauptventilsteuerung ist manchmal undicht. Ritt einfach dagegen, wenn sie Probleme macht. Und für den Fall, dass du nicht mein Ersatz bist und die Sache schief geht, bitte verurteile mich nicht zu hart. Jeder Mensch hat seinen Preis zu seinem Bedauern. Mason. Mason. Nee. Der steckt da auch hinter. P.S. Sei wirklich vorsichtig. In der Nähe der Peach-Statue achte darauf, dass sie immer mit Wasser bedeckt ist. Und niemand an ihr herumspielt. Ich muss an den Rohren sparen. Und ja, wenn die Statue umgestoßen wird, könnten die Leute anfangen, Fragen zu stellen. Oh, das wäre eine gute Idee, um diese Statue umzuschmeißen. Mason? Drat! Ich sollte einen näheren Blick auf ihn nehmen. Mhm. Er steckt damit hinter. Oh, jetzt ist er am Port, ja. Und will die ganze Sache vergessen, glaube ich. Warte, es gibt noch mehr im Hinterkopf. Oh. PSS. Wenn die Katze aus dem Sack ist, will ich sagen, dass ihr ganzer Plan darin besteht, langsam Wasser aus dem Zusatztank abzuzapfen. Wenn dann der Wasserstand in Tantra kritisch wird, wird Miguel mit städtischen Mitteln Wasser direkt von der Handelsgilde kaufen. Genau gesagt von Jan, der sein Wasser von diesem Relikt bezieht. Ich bin nicht stolz drauf. Mhm. Oh, das sind Beweise. Sag das schnell ein, diesen Text. Mehr Beweise gegen die Wasserstiefe. Genau. Ich nehme es. Sehr gut. Sehr gut. Dann können wir ja hier verlassen. Nur Grace darf nichts passieren. Das muss die Ziviltruppe eigentlich... Nicht, dass sie auch noch dahinter stecken. Das ist das, dann. Jo, alles klar, Grace. Vielen Dank für die Geschichte. War sehr unterhaltsam. Ihr Arbeit hier ist fertig. Geh einen guten Nachtsdurch. Du hast es gewonnen. Ja. Ich habe nur ein paar mehr Dinge, die heute Abend zu beachten. Ich werde die Hörer an den HQ senden, und wir sollten genug Backup haben, um das so schade wie möglich zu machen, in ein paar Tagen zu machen. Und weiß den Bürgermeister nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob alle dahinter stecken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die freien Stadt auch bedanken. Sehr vielen. Ja, bitte, bitte, bitte. Ich bedanke mich auch. Also, oh, Haro. Da bist du. Ich habe angefangen, zu überraschen. Grace hat uns über die Mission erzählt. Glücklich, dass du sicher bist. Du hast in hohen Spiriten. Was hast du gefunden? Oh, bitte automatisch machen. Sehr gut. Ich hatte meine Erinnerungen. Aber, wow. Ich bin froh, dass Logan's Name bald wieder zu eröffnet wird. Es hat uns schon lange nervös gemacht. Wir mussten die Hörer aufhalten. Justice ist auf der Patrol, mit all sorts of strong-smellingen-animal-treats. Aber das ist die Zuhause. Justice wird bald wieder zu eröffnet. Ja. Danke. Ich werde Logan sagen, die gute Nachrichten. Sehr gut. Ja, äh, erhalten eine Belohnung? Oh, was ist das denn? Flammende Action-Oberteil. Oh, jetzt muss ich mal gucken, kurz. Flammende Action-Oberteil. Oh, ist sogar noch besser. Müsste ich nur noch verbessern. Sehr gut. Äh, ja, äh, ja, ja, ja. Ja, genau. Äh, wo geht's hier nach Hause? Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Oder bin ich schon zu Hause? Ah, ich bin schon in der Nähe. Okay. Sehr gut. Ui. Ich dachte schon, ich muss, wie weiß ich, wie weit reiten. Aber, schön zu wissen, so eine Story zu erfahren, was hier wirklich abläuft im Hintergrund. Ernsthaft? Schön zu wissen. Ich glaube nicht, dass die anderen dahinter stecken, aber ich bin gespannt. Wenn noch alles dahinter steckt, bei diesen Geheimnissen, auf dem Madelplatz ist etwas los. Okay. Die werden bestimmt die Statue wegräumen. Ja, wohl auch umreißen. Ähm. Miguel hat Hau. Ich kann es dir leicht machen, mein Junge. Hat das vielleicht mit Absicht gemacht? Falsche Anschuldigung. Falsche Anschuldigung. Justice. Falsch. Darf ich da was sagen? You're the ones. Hm. Did you say something? All you need to do is cooperate. Isn't that right? Kann ich handeln? Tell us where Logan is and your sentencing will be reduced. Drastically. Mhm. I don't have anything to say. Fine. It seems Haru has made his choice. He refuses to aid us. He denies his wrongdoing. The only thing left to do is to charge him and put him in a cage where animals like him belong. Pastor. I don't think. Oh. Before we adjourn, I open the floor. Will anyone speak on behalf of this criminal? Anyone at all? Ja, ich. Eigentlich. Mr. Orvio, you have something to add? Ah, yes. May I? Right. Well, let me just say something on behalf of my good friend Haru. Mhm. Ahem. Obviously, he's been brainwashed. My friend Haru would never do something so terrible. He's a good guy who just likes making skin cream and stuff. There must be some mistake. Please, just let him go. Arvio. Yes. We'll take your words into consideration during sentencing. Grace muss etwas im Schilder führen. Ich werde hier auf die Zeit spielen, bis sie auftaucht. Nimm mich statt seiner fest. Du bist der schuldige Pastor. Hä? Direkt frontieren. Ich gehe gerne auf Direktheit. Ähm. Ich beschuldige den Pastor. Hundertprozentig. Ich bin mir dir absolut sicher, dass er schuldig ist. Nicht Haru. Was? Nix Wort. Wenn du sagst, dass ich all das alles verantwortlich starte, mit dem Haulett Quarantieren zu haben, dann mache ich das wieder für das Gute von Sandrock. Aha, da weiß ich ganz genau, worauf ich anspiele. Ich muss sagen, ich finde es sehr interessiert, dass du hier auf der Seite dieser Bandit sprechen würdest, sehen, dass du zwei noch nie kennst. Obwohl, vielleicht... dass du es nicht haben würdest. Das ist eine Entschuldigung gegen mich. Weißt du das? Pastor. Lass sie ihre Frieden sprechen. Are you going to accuse everyone in this town of being a bandit? Unscheinend. Yes, he's right to be suspicious, Minister. Skinny, the Builder, survived a fall that even I would have had trouble with. And coincidentally, just happened to be exactly where we suspected Logan's hideout might be. Is there something you're not telling us, Skinny? How did you survive that fall? Das geht dir nichts an. Einfach konfrontieren. Ich bin einfach besser als du. Ich bin einfach besser als du. Ich bin einfach besser als du. Was ist das Problem mit dir? Das ist genug. Ich finde das so witzig. Ich finde das so witzig und geil zugleichen. Hahaha. Bitte vergib mir, Minister. Aber wir haben immer verstanden, Logan hatte einen Spieger in der Stadt. Wie hat seine Familie die exakt Zeit, dich zu schützen? Oder was die Bronco sah? Ich habe einfach nie gedacht, es könnte sein. Hm? Unser Builder. Natürlich. Was ist dein Beweis? Genau. Wo sind deine Beweise, Miguel? Schau mal an. Sie kamen, so wie Logan's Notarität riecht. Und dann hat Logan den Trainern verbrannt, die Wasserstour, die Minister verbrannt. Und die einzige konstante war der Builder. Das ist keine Das sind keine Beweise, das sind nur Vermutungen und die sind hundertprozentig falsch. Sie waren immer da, genau nach jedem und jedem Event. Sie waren fast, wie sie die Ergebnisse verbringten. Natürlich. In deinen Augen ja, aber nicht in unserem. Nicht nur das, es waren sie, die waren rund um Logan's Haus. Es waren sie, die versuchten, Elsie zu Logan's Seite. Und wenn das Civil Corps endlich nahe zu Logan's Götchen, schau mal, wer war der, der es weggebracht hat. Sag mal. Das ist eine Lüge. Äh. Jetzt beschimpf ich Penn. Oh, sorry, ein bisschen Übersteuerung. Ist aber witzig. Du wirst mich beschimpfen, der Protektor von Sandrock. Ich habe eine Beweise. Burgess sah es. Der hat nur das gesehen, was er sehen wollte. Ähm, well, ich bin da direkt nach der Komotion und ich sah Logan weg. Aber ich sah nicht wie er die Wasserstour abgelöst. Danke, Burgess. Danke. Und Entschuldigung, dass ich dich verdächtigt habe. Oh, aber ich habe. Ich sah Logan und die Neubi an der Wasserstour und es kam Was? Jetzt lügt Jan. Welch eine Anschuldigung an mich. Warum hast du nichts an der Zeit? Ich hatte Angst für mein Leben. Oh, die Humanität. Jan, du steckst dahinter. Du lügst auch. Ihr drei. Volldeppen lügt. Hier, Penn, lügt. Jan, lügt. Miguel lügt. Die Stecken unter einer Decke. Da hast du es. Sie anwesend, Officer. Was? Mit Pleisur. Was? Penn, fass mich an und ich schlag dich. Ich werde dir die gleiche Frage als das Kriminell hier. Okay, Miguel, dann stell sie mal deine lügen. Wo ist Logan? Weiß ich doch nicht. Schau für mich? Oh, der kommt freiwillig. Und ich werde Logan unterstützen natürlich. Logan. Häng fest, Haru. Ich habe das. Hast du selbst abgeholt? Ja, so wie das. Was wartet? Ich glaube, müssen kämpfen. oder? Was willkommen. Wollt ihr nicht hören, was ich sagen muss? Bürger von Sandrock, was habe ich gesagt, dass es ein weile Plot war, deine Stadt in Aktion zu zu Es ist besser, zeigen, als zu erzählen. Penn, stopp ihn! Sehr gut, Logan. Hol das Ding runter. Da seht ihr es. Die Lüge um Sandrock. Er ist kein Dieb. Genau. Trudy. All this time All our sacrifices Let's not all lose our heads here This is obviously some trick Nein Miguel, du brauchst dich da nicht raus drehen Such es gar nicht Die wissen jetzt alle Bescheid Ja Klo Als hätte ich sowas nötig Nein du bringst uns alle aufeinander gegeneinander Na los versuch es Ich würde sehen wie du ihm auf hält mit einer Pistole Nein Mathilda festgenommen Ah Mann Und Penn steckt dahinter Jan ebenfalls Wo ist Jan überhaupt Serperon Ich hoffe nicht Of course you did Because I speak the truth You sound real crazy right about now Silence You fools I could have saved you But But now you have resigned yourselves to a slow and painful death Start making sense pal War is coming Woos With Duvos we'll kick their Sarbus back to the damn wastelands just like we did you not likely So what you plan to have us dry up to aid the war effort against the free cities The weakening of the free cities means less bloodshed in the battles to come Are there others in other city states Couldn't say why are you so loyal to these guys your whole operation is busted wide open man you think they gonna take you back with open arms you gonna need witness protection if anything Duvos is order the free cities is on the path to another day of calamity Duvos haben wir doch schon mal bei Portia also ich zumindest gehört und da wusste ich auch wer dieser Endboss war war nämlich der Holzfäller war das ich bin mir nicht sicher ich habe Duvos schon mal irgendwo gehört you joking far from it old friend look at yourselves look at the weapons pointed at me the church of the light prohibits such monstrosities and yet here they are allowed they encouraged guns bombs that maddening mechanical armor a living AI when does it end what does it stop I'll tell you it doesn't the free cities will keep making allowances until the old world is new again your so-called freedom is destined to enslave you Duvos is our only hope with power in the hands of the few the wise the masses will not be allowed to destroy themselves as for me I've all but succeeded hmm what has to geschafft water level really hasn't been what it used to be ever since I arrived gone are the days of the hustle and bustle this town once had to offer hardly gravel now compared to the so-called jewel it once was this town the once lush oasis is now but a puddle soon to be covered wholly in sand and dust and best of all how easy it all was it was right in front of you plain you monster enjoy your tears of peach while they last the true end of sand rock is upon you das glaube ich nicht pen extraction looks like the cats out of the bag oh man not you too there steckt schon die ganze zeit dahinter sorry folks just my second job ok ok macht er nein nicht trudi oder oh sehr gut da müssen wir kämpfen ähm hoch ach komm fuh machen ihn so fertig ähm hä war ich keine Muni er muss meine Muni hin egal ich habe echt keine Muni ich habe nichts ok das war es schade mixen bin ich nicht alleine so fertig ich mache you are all really starting to tick me off toying with them and they shut it old man you're lucky I'm bothering to save you at all alright I'm gonna have to show you something I've been secretly working on super take that you big treacherous to loopa sehr gut all sie long time didn't think you'd see the day where I saved your butt did ya people really sleep on the monologue surprise attack technique nice one is everyone okay encore heck of a show wir müssen noch Jan einbochten nicht nur die zwei äh Moment mal Miguel steht da hinten den müssen wir auch noch besiegen hochschuldigung ich wusste Logan war noch mit uns jeeha ich erinnere diese Notion jeeha wer hat es gebrochen eine Konspiratie all right under our noses we need to check on minister Matilda hmm oh my gosh we do but wait Logan man I uh still gotta arrest you as well for all the stuff you did right Trudy nein nicht mehr hey Logan we still need to settle your situation after we clean up what happened today I know are are you with us now always was yep well I'm just glad all's well that ends well yep no loose ends left to tie up yeah glad this is over gonna have to do a lot of paperwork for this one say where do you all think Miguel commissioned his water stealing contraptions yeah commerce gear on the double let's move oh why hello it's you the brutish criminal turned over a new leaf have we nice of you to barge in yes I actually have a train to catch so if you don't mind I'm afraid I must bid you all adieu nein yan by the powers vested in me on behalf of sandrock city hall I hereby place you under arrest for fraud and mass conspiracy I do I mean I didn't do it don't make this hard pal alright alright you've got me fair and square now I think we can all still be civil about this I mean that is the name of your little boys club isn't it civil core well yeah we can be civil about it that's the attitude I'm hoping you to have I don't want to make a show of force like we handle pain did you see how that went down that's right bide your time old yan old boy you've gotten out of stickier situations than this I just need to think of a plan think think well whatever you do definitely don't look inside that glass cabinet behind you that's where I keep my most incriminating evidence schön dass er sagt das hey stop er ist abwehren aus dem fenster raus der hat einen schweren koffer der dürfte er nicht so schnell sein and when you write in your annals of history narrow as they may be make sure you get my name right y a n that's capital y capital a so long sticktown smell ya never when you write about the turtles I should have knew it was gonna be all downhill from there and I've been waiting a long time to do this wait wait oh just let me go I've got connections I'll give you anything your heart desires you frickin mops ja da ist mir was runter gefallen sehr gut oh gosh that felt oh good suddenly I feel all my anger washing away that was one heck of an uppercut there rocky you've been working out yeah wait you weren't at the trial how did you know yan was responsible for water hiding machinery water hiding what now oh we'll take it from here thanks rocky my pleasure my pleasure got one more law for the fire who are you calling log blockhead wood related wordplay can't save you now our oldest and beloved commerce guild commissioner was in on it who could have seen this one coming I feel like my whole world's getting turned upside down there were the numerous allegations but I admit this goes much further than I'd ever imagined excellent work civil core good of you to join us couldn't you losers have lost five minutes slower what huh snap out of it you imbecile and you call yourself a knight what why are we in handcuffs you lost you lost that doesn't sound like me you're the imbecile pastor can't even keep a stupid door locked we had a good thing going look I'll settle this one for you boys you're all imbeciles genau the reason of course being crime don't pay just take us away already enough of your incessant rambling hey now you can't rush justice well we did it yeah we have uns endlich geschafft logan I don't know how but we did it with your help we saved sandrock yep how long has it been finally I can rest my head easy for the first time and what feels like forever and my paw this is this is what it was all for this town these people these lands from here on out it's all on us to make the most of it yep ah is that should ah come that's but in theory citizens of sandrock yeah hey wait a sec you're just gonna let this fellow waltz back into town logan might have been integral and unraveling a deep-seated conspiracy that was a threat to the survival of our nation but this ain't justice he blew up our water tower back when koopa no i didn't yeah yeah well i mean okay but you still did hijack the train and kidnapped the minister logan is now cooperating with sandrock authorities and will be dealt with accordingly throw the book at me trudes more important to address are the shocking revelations that have come to light today all before our very eyes we have fallen victim to a duvos plot it is with a heavy heart i must admit that i too have been fooled pen and miguel were never who we believed them to be take solace in the fact that no lives were lost today i've received news from bang that our minister's condition is stable let us pray for her to make a speedy recovery das hört sich doch gut an but make no mistake this was an act of aggression our lives in the free cities may soon be very different we may have uprooted the corruption laying among us but it hardly seems plausible that duvos singular goal was to dry up sandrock regrettably we must expect more if not here elsewhere in the free cities i intend to speak with our representative gregor sick immediately and will inform you all as soon as possible what the alliance advises that we do please everyone stay safe and conserve water logan civil core and builder you too with me fill me in on what you know it's city hall can y'all take 10 first i got a million questions for logan how's do i sure sure take your time sicher lasst euch zeit i just hope you can all forgive us kann ich logan was schenken habe ich was oh schade ich kann mir nichts geben oh schön aber das war noch nicht alles ne glaube ich zumindest flammende action oberteil leichtes abenteuer unterteil achso nur ein flamm action oberteil das werden wir natürlich aufwerten es war eine schöne story und schön zu wissen dass er endlich weg ist dieser schmiropiro und wer übernimmt jetzt die handelsgilde wer übernimmt und hier sind auch beweise hat er gesagt in seine vitrine schön zu wissen aber ich darf nicht ran schade eigentlich oh es gibt laufband laufband ist aber nur deko ne oh schade königlicher köder was zum teufel basis schweres basis 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 ich kaufe erstmal keine rezepte ja ich weiß ich sollte aber erstmal eins nach dem anderen gucken wir erstmal ob wir irgendwo warte mal äh da hinten ist äh hinter hä da ist noch eine kleine story die nehmen wir noch mit ich weiß die folge bezieht sich schon auf eine stunde aber ich möchte jede story mitnehmen die es geht hey kid how are you holding up a well thought victory all I noticed elsie seems to have picked up a few new moves I was impressed that last attack did she learn it from you I see so she really is dedicated to learning how to fight maybe we should ask her to join our gang hmmm ich glaube das wird nix weil sie ähm ja what do you coots listen to yourselves talk about new moves and recruits right in front of me yeah we're bandits but I thought we were at least above torture in one of our own let me back in the gang teach me your pa's moves yeah of course you're back in I thought that went without saying y-yeah well you should have said something if you ain't say it it ain't official look things were getting gummed up I needed you here out of the line of fire but still keeping an eye on things you did good kid well you're welcome it weren't easy some of the sand rockers are alright but I had to use manners learn chores they even made me learn stuff oh yeah one more thing let's not forget if it weren't for me y'all would be sandfish food pen's relic weapon anyone that was amazing yeah I don't know if we could have handled pen without your help you'll have to tell us how you managed it sometime we missed you kid it was boring not having you around so yeah welcome back alright it's official then the gang's back together woohoo say we're going on the straight and narrow now ain't we can we still call ourselves a gang let's go with monster hunting gang yeah it's just a fun yeah something like that sure oh yeah a couple more people we're going to need Jasmine she's in the gang you seem to talk about her a lot do you like her I did commit some crimes whatever we trust your judgment she's in the gang the builder definitely get the builder from the gang we need it for sure finally this is over and it's all thanks to you I thank you thank you how did you get it for me after I met with you I ran into pen I thought I was careful but I guess I messed up ich dachte ich wäre vorsichtig aber ich habe es wohl vermasselt ich ging zurück zum alten Versteck um ein paar Sachen zu holen und pen wartet dort an der Klippe auf mich ich hätte ihn nicht unterschätzen sollen ich helfe gern bis dann okay schön zu wissen die anderen zwei sind schon rausgegangen die haben auch noch was zu erzählen grüne Texte ja genau Logan Logan sorry jetzt alles offenkundig hoffen wir dass von jetzt aufwärts geht die Show ist vorbei ja ich brauche Jolts woher wusstest du dass wir in Schwierigkeiten sind wo hast du als was hast du als nächstes vor kann ich dich nach all dem hier finden willst du wieder in Sandruck legen danke ich gehe jetzt was hast du als nächstes vor okay ich denke ich habe zuerst ich habe die Antwort für meine crimes das gibt mir viel Zeit zu denken hm funny ist ich komme zu like das old hole in der Wall mein olde place too many memories mhm wir denken wir brauchen ein neues hideout aber nichts zu hide von jetzt wir okay alles klar danke so und der junge äh der scheint auch irgendwo zu sein äh ich weiß bloß nicht wo der junge ist verschwunden wow schabnak ko komischen Namen aber hey das spiel hat endlich ein ende gefunden glaube ich ja es wird bestimmt noch weiter gehen mit story wegen äh den zugang auf port ja noch darauf warte ich noch dass da was passiert ein end intro habe ich noch nicht gesehen also glaube ich mal dass da noch was kommt so das neue oberteil wo ist es denn hm hm da können wir ja veredeln sehr gut äh kann man auch besser veredeln reflektiert schaden sehr gut so auf jeden fall ist diese rüstung huch noch besser als die ich anhabe wie man sieht nehmen wir auch na gut verteidigung verlust aber ist nicht so schlimm aber immerhin ein neues rüstungsteil sehr gut freut mich ja dann sage ich mal an der stelle vielen dank fürs dabei gewesen sein vielen dank fürs zuschauen äh und wenn noch nicht geschehen ist abonniert meinen kanal aktiviert die glocke um keine weiteren folgen von sandrock mehr zu verpassen ich bedanke mich dass ihr dabei wart genauso viel spaß hattet wie ich und wir sehen uns am morgen wieder bei my time at sandrock euer dieser jen ciao mit v tschüss 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 tschüss